Stopp! Endlich ruhig! Sehr gut, Lilly. Gib's ihm. Das gilt für alle. Die ganze Zeit habt ihr mich nur rumkommandiert. Lilly, tu dies. Lilly, tu das. Check mal was. Ich bin noch nicht euer Beppo. Und du, Doc, wenn du mich immer noch hypnotisieren willst, lernt erst mal wieder laufen. Denn das ist das, was ich jetzt tun werde. Denn die Therapie ist der letzte Rott. Komm, erst mal selber klar, Appa! Lilly zeterte noch weiter, bis sie heiser war. Schließlich machte sie sich erschöpft, aber auch erleichtert auf den Rücken.